Es klappt einfach nicht. Wie gehst du mit Misserfolg um und wie kannst du daraus lernen? Als erstes möchte ich dir mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich Misserfolg? Misserfolg ist wie Erfolg einfach eine Beurteilung einer Leistung. Und ein Misserfolg ist, wenn du ein dir selbst gestecktes Ziel nicht erreichst. Das ist zuerst mal ein Misserfolg. Und es ist auch wichtig, dass du das auf dich selber beziehst und dir genau anschaust, damit du bei dir bleibst und nicht nur ins Außen reinschaust, weil das bringt dich nicht wirklich weiter. Und ich kann dir eine Sache sagen, ja, Misserfolg gehört genauso wie Erfolg zum Leben einfach dazu. Du steckst dir ein Ziel, du erreichst es oder du erreichst es nicht. Und am Ende des Tages kann man eine Sache wirklich sagen und dann bist du auch schon erfolgreich, ist nämlich, wenn du mehr, mehr richtig als falsch machst. Löse dich also mal von vornherein von diesem Gedanken, dass immer alles klappen wird, dass immer alles gelingen wird. Das ist im Leben nicht so. Das gehört zum Leben mit dazu. Denn um besser zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, ist das so ein bisschen als ein Spiel zu betrachten. Ein Game. Weil was gehört denn einfach dazu, zum Leben? Zum Leben gehört dazu, wenn man hat Ziele oder vielleicht auch Absichten. Nenn es mal, wie du es willst. Also Ziele oder Absichten. Also du möchtest irgendwas haben, du möchtest irgendwas erreichen, was dir wichtig ist. Beruflichen Erfolg, eine glückliche Beziehung, eine tolle Frau, tollen Mann, ein schickes Auto. Whatever you want. Geld im Überfluss. Was immer du willst. Das sind ja Ziele, Wünsche, Absichten, die du hast. Aber das Zweite, was immer dazukommt im Leben, sind automatisch Hindernisse. Irgendwas, was sich dir im Leben in den Weg stellt, was dich daran hindert, das Ziel zu erreichen. Das kann sein, dass du vielleicht das falsche Umfeld hast. Das kann sein, dass es irgendein Gesetz gibt, also irgendeine Regel, irgendeine Richtlinie, irgendetwas gibt, was sich dir in den Weg stellt. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Und zwar, du fährst über die Autobahn, du hast ein schickes Auto und du willst einfach jetzt gerne schnell fahren. Also dein Ziel ist, ich will mit 250 oder 280 Sachen über die Autobahn ballern. Und auf einmal, plopp, steht da ein Schild. Auf dem steht 100. In dem Moment, wo du dich in dein Auto reinsetzt, weißt du automatisch, du stimmst der Straßenverkehrsordnung zu. Ob bewusst oder unbewusst, spielt dabei gar keine Rolle. Aber wenn du auf der Autobahn, auf der Straße dich in ein Auto setzt, Führerschein hast, dann stimmst du bewusst oder unbewusst der Straßenverkehrsordnung zu. Das heißt, du hast dich einfach diesen Regeln anzupassen, einzuordnen, unterzuordnen. Du hast diese zu beachten. Und genau so sind das die Regeln in Partnerschaft, die Regeln in Beziehungen generell, die Regeln im Business, die Regeln in einem speziellen Bereich, zum Beispiel als Immobilienmakler. Auch da gibt es ja feststehende Regeln und die hast du immer. Diese Regeln können eben auch von dir als Hindernisse empfunden werden. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. In dem Moment, wo du permanent im Widerstand bist, also im Widerstand zum Beispiel zu regeln, wird es dir passieren, dass du entweder sagst, ich nehme diese Hindernisse, also ich überspringe die, meistere die sozusagen, oder aber du bist so sauer darauf, dass du dich so darüber aufregst, dass du jetzt geblitzt wirst und ein Ticket bekommst und damit dich selber runterbutterst und dich selber klein machst, dich selber kaputt machst. Und das ist dann schon auch das Riesenproblem, weil in dem Moment begibst du dich in so eine Opferhaltung, also Opferhaltung von Misserfolg. Weil du hast ja ein Ziel gehabt, du wolltest schnell fahren mit dem Auto oder du willst viele Alleinaufträge haben, aber du beachtest nicht die Gesetze, die Regeln, die Spielregeln von Marketing. Also das heißt, du musst zum Beispiel immer viel Outflow machen, du musst immer viel Aktion machen, in die Sichtbarkeit gehen. Du willst aber nicht in die Sichtbarkeit gehen, weil du sagst, ich möchte eigentlich gar nicht, dass ich so von den Leuten erkannt werde, dann sage ich dir, wird nicht funktionieren, weil du wirst kein Marketing machen können, ohne auf Dauer sichtbar zu sein. Das wird nicht funktionieren, also musst du sichtbar werden. Also musst du dir die Fähigkeit aneignen, in diese Sichtbarkeit zu gehen und kein Problem damit zu haben. Weil wenn du ein Problem damit hast, bist du wieder bei Widerstand, bist du bei Widerstand, bist du auch schon sehr nah beim Misserfolg, weil du wirst die eigenen Möglichkeiten, die du hast, sabotieren. Du wirst sie sabotieren und deshalb auch nicht einhalten können. Und wenn du Dinge nicht einhalten kannst, also diese Gesetze, diese Spielregeln, dann wirst du scheitern. Also du scheiterst sozusagen an deinen eigenen Zielen, Wünschen und Absichten. Und das ist nicht besonders schlau. Jetzt kommen wir auf eine zweite Ebene, ist nämlich die Ebene der Fähigkeit. Weil Misserfolg hat sehr, sehr viel im Leben mit Fähigkeiten zu tun. Wenn du also die, wie ich gerade schon sagte, Marketingfähigkeiten nicht hast, also zu wissen, was ist denn notwendig, um zum Beispiel einen coolen Flyer zu machen oder was ist notwendig, um eine Immobilie vom Feinsten zu verkaufen oder was ist notwendig, um beim Verkäufer die Bewertung so durchzubekommen, dass du zu einem vernünftigen Preis die Immobilie verkaufen kannst, dann ist das nicht der Misserfolg selber, sondern dann hat der Misserfolg eine Vorgeschichte. Nämlich, dass du glaubst, dass du mit Halbwissen oder mit so ein paar kleinen Moves in der Lage bist, einen Verkäufer zu überzeugen oder eine Immobilie zu verkaufen, du aber feststellen wirst, dass du ein aufs andere Mal auf die Nase bekommst und weil du einfach nicht sehen willst, dass deine Fähigkeiten nicht ausreichen. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem, denn an Fähigkeiten kann man was ändern, nämlich durch Lernen und durch Üben, durch Training. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also heißt Scheitern, also Misserfolg aufgrund von Fähigkeiten oder mangelndem Wissen. Man könnte auch sagen, aufgrund von, du bist dumm an der Stelle, weil dumm ist ja nichts anderes als nicht Wissen. Du weißt es einfach nicht. Du weißt nicht, wie es geht oder was du brauchst, damit du die Nuss knacken kannst. Deshalb kommst du immer in die Situation, dass der Hauptgrund für Misserfolg sind deine Fähigkeiten. Also je weniger Fähigkeiten du hast, Hindernisse zu überwinden und dann Misserfolg zu meistern, umso mehr Misserfolg wirst du haben. Okay, jetzt kommen wir auf eine nächste Ebene, die sehr wichtig ist, ist das Thema Konfront oder Reflexion. Also kannst du reflektieren? Also bist du jemand, der in den Spiegel gucken kann und auch ehrlich zu sich selber ist? Weil wenn du natürlich bei einem Misserfolg sozusagen die anderen verantwortlich dafür machst, weil der Verkäufer war doof, der Käufer war doof, die Kaufinteressenten sind doof, die Immobilie ist doof, die Immobilie ist ja total kacke, hey, dann frage ich dich, warum hast du denn diese Immobilie überhaupt eingekauft? Warum hast du den Auftrag zu diesem Preis gemacht? Warum hast du das dies, das und jenes getan? Letztendlich bist du der Matchmaker in deinem Leben und nicht die anderen. Wenn du also immer eine Region, einen Standort, eine Stadt, eine was auch immer verantwortlich dafür machst, Regeln, Gesetze, der Gesetzgeber, die Politik, wenn du die verantwortlich machst für dein Glück, für dein Gelingen, für deinen Erfolg, dann kann ich dir nur raten, solltest du schnellstens deine Einstellung und schnellstens dein Mindset verändern, weil so wirst du niemals irgendeinen Blumentopf gewinnen. Du hast einfach keine Chance, weil du machst die anderen verantwortlich dafür, dass sie schuld an deiner Scheiße sind, die du gerade hast. Mutter, Onkel, Bruder, Schwester, Tante, Hund, Katze, Maus, sie alle können nichts dafür. Am Ende des Tages ist all das, was du in deinem Leben bekommst, das Resultat aus den Entscheidungen, die du davor getroffen hast. Also die Entscheidung, dich nicht weiterzubilden, die Entscheidung nicht zu üben, kalt irgendwie zum Kunden zu laufen und da irgendwie rumzuprobieren. Deine Entscheidung, dein verkäuferisches Talent nicht auf ein nächstes Level zu bringen. Deine Entscheidung, nicht so viel Geld zu verdienen, dass du dir das beste Equipment leisten kannst, was du benötigst, um als Immobilienmakler einen supercoolen Top-Job abzuliefern. Oder du die Entscheidung triffst, nicht einen Profifotografen zu engagieren, um die bestmöglichen Fotos zur Vermarktung deiner Immobilie zu machen und, 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 und. Also ganz viele Sachen sind einfach dafür verantwortlich. Also Fähigkeiten halten wir fest, dann deine persönliche Sicht, deine Einstellung, deine Verantwortung ist dein Leben und nicht das der anderen. Also deine Entscheidungen sind hier ganz entscheidend. Also wichtig ist, du musst Entscheidungen treffen, aber am Ende mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen. Und die gute Botschaft ist, in dem Moment, wo du anfängst, die volle Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, auch für welche Kunden du haben willst, welche Objekte du verkaufen möchtest, welche Richtlinien du aufstellst in deinem Spiel, was du spielen willst, wird dazu führen, am Ende, dass du auch die richtigen Leute, die richtigen Dinge anziehst und auf die Erfolgsspur kommst. Aber eine Sache, die wird nicht passieren, dass du niemals scheitern wirst. Denn das Scheitern, das gehört zum Leben dazu, also der Misserfolg. Und hier auch nochmal ein kleiner wichtiger Spruch. Erfolg ist auch, wenn du einmal mehr aufstehst, als du hingefallen bist. Deshalb, einfach gut gemeinter Tipp von mir und ich habe es richtig auf die Fresse gekriegt. Ich habe immer wieder auf die Nase bekommen. Aber ich sage dir eins, mich kriegt keiner kaputt. Und da kann kommen, wer will. Weil eine Sache, die habe ich immer verstanden, dass der Einzige, der es verantwortlich, der schuld ist, der verantwortlich ist, ich selber bin. Egal, ob das der falsche Geschäftspartner war, egal, ob das die falschen Mitarbeiter waren oder die einfach vielleicht gar nicht falsch waren, sondern einfach nur nicht zu mir gepasst haben oder ich nicht zu ihnen gepasst habe. Ob das ein zu teures Büro war oder ein zu teures Auto oder ich habe zu viel Geld ausgegeben oder ich habe zu wenig Rücklagen. Was auch immer, völlig egal. Mir war immer sehr schnell klar, dass ich derjenige bin, der es verbockt hat. Ja, und ich habe es vermieden. Da habe ich vielleicht auch ein gutes Mindset an der Stelle von meinen Eltern mitbekommen, dass die haben auch nicht die anderen verantwortlich gemacht. Ja, man darf auch mal jammern. Ja, man darf auch mal nach Hause. Man darf auch mal scheiße drauf sein. Mann, dann fahr nach Hause einfach. Hau dir mal einen ganzen halben Tag oder einen Tag Netflix und Co. rein und isst halt nicht eine Pizza, sondern drei. Ja, und sei einfach mal sauer auf dich und die Welt. Das ist auch total okay. Ja, aber dann am nächsten Tag, da heißt es einfach durchschütteln. Ja, und nach vorne gehen und Gas geben. Und zu guter Letzt kann ich dir nur sagen, wenn du deinen Geist, ja, also deinen Verstand in Ordnung bringst und vor allem deine Disziplin drin hast, weil das ist super wichtig. Du musst die Dinge, die hochploppen, die, die auf den Zeiger gehen, die du nicht magst, die du nicht gut findest, die Dinge musst du, du musst in der Lage sein, die unter Kontrolle zu bringen und runterzudrücken. Das ist sehr, sehr wichtig, ja, weil sonst wird es nicht funktionieren. Du musst schon die notwendige Disziplin mitbringen, weil die ist mit das Allerwichtigste im, überhaupt im gesamten Leben, dass du das, was du dir vornimmst, auch tust, dass du das, was du dir vornimmst, auch einhältst und dir selber gegenüber treu bist. Dann wirst du es viel einfacher, viel leichter haben, auch mit dem ein oder anderen Misserfolg umzugehen. Und ich gebe dir noch eine Frage, die du dir immer stellen kannst, ist, was kann ich jetzt tun, um wieder der Herrscher über die Dinge zu sein oder die Ursache zu sein oder dass ich das Heft in der Hand habe? Stell dir diese Frage, ja, weil es geht nur um dich. Du kannst dir auch vorstellen, dass du quasi alleine auf der Welt bist und gerade diese Scheiße serviert bekommst, diesen Misserfolg, dieses Hindernis, was du gerade nicht meistern kannst. Aber schau hin, was du tun kannst und nicht, was die anderen ändern müssen, sondern schau du hin, was du tun kannst, um die Sache in den Griff zu kriegen. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die du dir stellen solltest, wenn es dir gerade nicht gut geht, weil die löst bei dir was aus, nämlich, dass du an dich denkst. Und auch noch einen kleinen Tipp, wenn du mal ein Ziel verfehlt hast, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, musst du nur eine Sache tun. Visiere das Ziel von Neuem an. Einfach wieder zurück. Was war mein Ziel? Was wollte ich erreichen? Und da drauf zu gehen und dann wieder neu zu starten. Das ist das, was du tun musst und niemals aufgeben. Und was mir besonders wichtig ist, was ich dir noch sagen möchte, ist, wenn du dein Mindset verbessern willst, besser mit Misserfolgen klar und zurechtkommen willst und mehr richtig als falsch machen willst, dann buch dir auf jeden Fall jetzt hier ein kostenfreies Erstgespräch. Ich sage dir auch, warum. Denn alleine nur, und das kriege ich immer wieder von meinen Kunden zu hören, alleine die Entscheidung, dass sie im Coaching bei mir starten, hat eine Verbesserung zur Folge. Das heißt, sofort wird es bei dir besser laufen. Weil wir haben eine super coole Community, wir haben super coole Kunden, die haben richtig Bock, sich auch untereinander zu helfen und das alleine ist es schon wert. In diesem Sinne, hey, lass ein Abo da, schreib gerne einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat und wie es in deinem Leben läuft mit Misserfolgen und gerne auch ein Like auf dieses Video. In diesem Sinne, alles Gute, bis dann. Ciao.